Guck mal, was soll diese Huhn so scheiße? Oh, das ist aber jetzt nicht nett. Nein, es ist an meiner Hüfte, es ist wieder unfassbar, da brauche ich XXS, hier brauche ich M. Das kann doch nicht sein. Nee. Oh Gott. Folgendes Problem, wir wollen eine Milch transportieren und haben zwei Roller, meine Wasserflasche habe ich mir einfach in meine Hose geklemmt. Nein, wirklich, das ist meine Milch. Ich brauche alles nochmal neu, alles in anderen Größen, obwohl ich wirklich, also das kann wieder nicht wahr sein hier, ey.